Sind Sie ein gläubiger Mann, Mr. Corso? Ich meine, glauben Sie an das Übernatürliche? Das Buch der Neuen Pforten ins Reich der Schatten. Angeblich kann man mit diesem Buch den Fürsten der Finsternis beschwören. Es gibt davon nur noch drei Exemplare. Ich bin überzeugt, dass nur eins davon echt ist. Ich will, dass Sie es mir beschaffen. Sie meinen, der Teufel will sich nicht zeigen? Der Sammler Dean Corso hat einen mysteriösen Auftrag erhalten. Wonach suchen Sie Mr. Corso? Das weiß ich nicht genau. Es ist ein Fenster in die Vergangenheit. Haben Sie sich die Stiche genauer angesehen? Einige Bücher sind gefährlich. Eine Pforte in eine andere Welt. LCF. Wer ist LCF? Lucifer persönlich. Und eine Macht jenseits aller Vorstellungen. Ich fange an, Dinge zu sehen. Ungebetene Besucher, unbekannte Gesichter. Ich vertraue niemandem. Was heißt hier wir? Es gibt schließlich uns beide, oder? Aber er ist im Begriff das Größte aller Übel heraufzubeschwören. Was haben Sie für mich? Etwas, worauf ich nicht gefasst war. Es sind schon Menschen für einen Bruchteil dessen, was Sie gesehen haben, bei lebendigem Leibe verbrannt worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Und auch von Dr. Corso? Was haben Sie gesehen haben, was Sie gesehen haben? Untertitelung des ZDF, 2020